b beste Map Zeit für Anfeuerwaffe Beste Map, Zeit für Anfeuerwaffe Scouts, easy Es ist die Equinox wo ich denke Nein, das habe ich nicht, das war gar nicht angefangen Petrus ist richtig gut gelaufen Ich bin absolut feucht geworden, wo ich den Namen gerade gesehen habe Ich probiere jetzt auch mal was aus Ich glaube ich habe mal wieder Max Schmelztiegel ran und habe nicht zurückgesetzt Nein, nicht ganz Stopp Komm, jetzt alles außer Brustpanzer Spiel, alles außer Brustpanzer Wir werden noch gute Freunde heute Powerwaffe ist in Ordnung Ich werde mich nicht beschweren, aber wir werden es mit Stiefeln Ja, jetzt verstehen wir uns Nice, Stiefel Jetzt sind sie einfach der Scheiße oder so Sie sind 959 Darum geht es, wenn die Perks auch noch gut sind Kuss auf die Nuss Und sie sind 58, das ist Genauso wie meine letzten Stiefel Also sie sind 960 Ja Ehre Bei mir ist einfach so eine Müse, maniert sich das Eichhörnchen Oh, geck Wir können spitze Sachen auf 99 Habt ihr mich vermisst? Nicht wirklich Du wachst weg Du wachst weg Ah ja, die Map, wo ich mir dachte Ist die so geil oder was? Ist die so geil oder was? Ja, der Hase Ja, der Hase voll eure Fremse Das ist die Antwort Du wachst Also die Antwort ist auch zu nehmen Aber Wer diese Map nicht erdigt, dann ist die Map einfach nicht leer Oh, im Erstschlag Jep Oh, und ich hab's Gack Boom Aber die so offen ist, ist Scouty geil, ne? Oh ja Ich mach ein Automatikwerk hier und dann mach ich auch mal Mein Ja, der Hase Du hast den Zonen verteilt Na, come on Neger Really, Neger Ich werde jetzt die ganze Zeit hier B absolut hart abgarden Hier kommt kein... Warum verlieren wir A? Ja Weil ich grad nicht kann Weil ich grad nicht kann Ach, ich bin doch bei A Du bist ein beispielhafter Jäger Erstmal Munition verschießen Alle zusammen wie die eisernen Flucht Nein, ich bin ja kein Jäger Ja Ah, fuck Ich wollt grad meinen Geilen Jump nach vorne machen Und dann tot Bin ich die letzte Ballern zweimal Ich war schon 5. Mal mit die Ecke Wirst du mich forschen? Oh, shit Versuch hier gerade mit Jonas Oh, ich werd gepusht Schnell wieder Hey Gibt's mir irgendwelche Beschwerden, mein Freund? Bist du abgemeldet Ähm, Spalt Ähm, Spalt Ich bin Zwei erledigt Euer Vorsprung ist noch größer geworden Drei verschlagt Haha, wird Scout gewähren Das ist schon ein bisschen eckig Komm schon, gib ihm ein Kill Okay, ich kann wechseln Danke Leute, wie spielt dieser Kill immer Connected Das ist unfassbar Ich hab Jade Hasen raus Willst mich verarschen Oh, nee Ich bin dein Ernst Fick, 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 fick Komm, komm Noch einer Yes Da find sich jemand ganz glücklich Yes Da ist wohl jemand glücklich den kampf zurück nein ich bin echt der schlechteste mal wieder da wurde ich von zwei randys gepusht ich bin einmal gestorben zählt es dann nicht doch ich dachte es steht erst einmal stürzt also ich bin jetzt nicht unsterblich aber ich hab halt wahrscheinlich trotzdem die kd mit 22 oder so was ich liebe diese matte ich sag es ja 22 kommt kommt und und